hallo elektronik freunde in diesem video geht es mal um die frage ob die reparatur von solchen schaltnetzteilen überhaupt lohnt ich habe hier fünf stück die defekt sind also da funktioniert gar nichts mehr und ich will mal kurz durchgehen was ich hier so habe ich habe hier zwei von diesen steckernetzteilen voltkraft 18 volt 1,5 ampere dann habe ich von meanwhile zwei stück das sind auch zwei gleiche vom typ rs 100 strich 24 sind 24 volt 4,5 ampere und dann habe ich hier noch ein schaltnetzteil für industrielle anwendungen da weiß ich gar nicht mal was da rauskommt ich glaube 48 volt oder keine ahnung sehe ich jetzt hier also schnell nicht also da funktioniert bei all diesen schaltnetzteilen nichts nichts mehr und die frage ist jetzt ja soll ich da mich jetzt ran setzen noch mal und ja da irgendwas probieren oder soll ich sogar eigentlich gleich wegschmeißen ich fange am besten mit diesen beiden kleinen schaltnetzteilen an mit den steckernetzteilen dazu nehme ich die anderen hier mal weg und werde mal gleich zeigen was in diesen steckernetzteilen drin ist und ja dann mal sehen ob man die wieder in gang kriegt beide schaltnetzeile sind ja gleich aufgebaut und wie man hier sieht relativ ziemlich kompakt auf der seite sind hier so die bauteile zu sehen beim anderen natürlich genauso und jetzt stellt sich natürlich die frage wie kann man da vorgehen zunächst einmal denke ich dass es wichtig ist dass man eine optische prüfung macht das heißt mal schaut ob hier irgendwas zu sehen ist also wenn jetzt hier zum beispiel die kondensatoren beulen hätten dann sollte man die sicherlich tauschen oder muss man sie tauschen und auf der rückseite ob es da vielleicht irgendwelche auffälligkeiten gibt was die lötstellen betrifft oder was vielleicht auch bauteile schon betrifft also bei den halblättern ist es ja meistens so dass die da so ein bisschen auf platzen wenn sie kaputt sind oder aufgeplatzt sind also da werde ich erst mal noch mal genauer hinschauen ich habe jetzt bei dem netzteil erst mal nichts gesehen aber bei dem ist mir was aufgefallen und zwar ich versuche da mal da näher heranzugehen ich weiß nicht ob man das sieht ich muss erst mal gucken hier so ein stück draht um das zu zeigen hier an hoch hier an dieser stelle da da sieht man da ist so ein pin das ist hier vom von dem trafo wahrscheinlich der ist ab da sieht man eindeutig der ist ab da war auf jeden fall die die leiterbahn da drumherum mit mit einer lötstelle versehen der pin also der ist ab das heißt hier werde ich erst mal auf jeden fall blitze nehmen hier drüber verbinden anlöten und dann einfach mal probieren ob es geht also das ist jetzt sehr auffällig jetzt ist natürlich die frage wer kommt so was man sieht ja das ist abgeplatzt aus meiner sicht sind solche sachen mechanisch bedingt wenn ich jetzt jedes mal umdrehen dann sieht man dass hier der trafo das sieht man hier der ist schräg der liegt gar nicht auf das heißt wenn ich wenn jetzt das steckernetzteil wenn ich das immer wieder rein und raus stecke oder irgendwo transportiere oder so dann hat es ja eine bestimmte belastung mechanisch und wenn es mir vielleicht runter fällt dann wird folgendes passieren das gewicht von dem trafo wird nach unten hier gehen und im schlimmsten fall offenbar ist es hier passiert wird mir hier so ein stück leiterbahn rausreißen beziehungsweise es wird auf jeden fall dort die lötstelle beschädigt und auch sicherlich auch und auch sicherlich die leiterbahn wird damit angegriffen und wenn es öfters passiert dann reißt das einfach ab also ich werde jetzt hier an der stelle einfach mal litze anlöten das zeige ich gleich und man sieht jetzt hier ich habe hier auf der seite schon mal diese das stück glitzer angelötet mit einer kleinen isolierung ist vielleicht nicht notwendig und ich werde jetzt hier sozusagen dass das reststück hier umwickeln und schön verlöten dass es dann auch sicher hält so sieht es jetzt aus ich habe also das noch mal ein bisschen rumgelegt hier hier an der stelle und so verlötet das da auch kein stück draht ich sehe hier unten ist noch ein ganz kleines stück das muss ich noch wegnehmen irgendwie mit einer zahnbürste oder so da darf also kein rest noch irgendwo rum also keine einzelne Ader rumfliegen aber so denke ich mal ist schon ganz gut ich werde mal ganz kurz nachlöten an der stelle so ich denke das ist jetzt ganz gut gemacht und dadurch dass ich jetzt auch nichts weiter sehe irgendwie also keine auffälligkeiten werde ich jetzt erstmal die dioden durchprüfen ganz kurz das kann man mal machen und ansonsten hier oben die sicherung natürlich hier die hier und wenn man jetzt hier irgendwelche anderen teile sieht ne also hier die der kondensator oder die kondensatoren sehen erstmal soweit ganz okay aus nachdem ich die also durch geprüft habe werde ich einfach mal das steckernhaltsteil in die steckdose stecken so als erstes teste ich mal hier vorne die sicherung ich habe jetzt also hier auf durchgang gestellt da piept ja diesen ist in ordnung dann gehe ich mal auf den diodentest und jetzt müsste es eigentlich so sein dass ich entweder dieses ol habe ja oder eben so 0,5 bis vielleicht auch 0,7 volt hier stimmt es hier auch da auch man muss auch schon ein bisschen fester drücken damit es gut kontaktiert also die dioden hier vorne scheinen in ordnung hier ist noch einer die hat 0,7 die scheint auch in ordnung hier ist noch ein optokoppler da kann man mal gucken da ist ja auch nur eine diode drin die scheint aber in ordnung zu sein auf der seite da ist 5,5 ja ich weiß jetzt nicht aber ich denke mal ist es auch eher in ordnung was haben wir noch hier übrigens ist ein spannungsregler ist kein transistor was das ist weiß ich jetzt nicht vielleicht ist ein transistor könnte man vielleicht mal angehen mal gucken da scheint auch ein transistor zu sein hier in dem fall scheint in ordnung zu sein gut die einzelnen via stände braucht man jetzt nicht zu testen also die halbwälte auf der seite stimmen erst mal angeblich oder anscheinend bei dem ic weiß man es natürlich nicht aber es ist außen doch keine auffälligkeiten am ic erst mal zu sehen ja normalerweise müsste man wenn man jetzt wenn es da kaputt gegangen wäre würde man das am ic sehen und selbst wenn es jetzt nicht geht na gut dann war es einfach nur ein versuch so jetzt werde ich folgendes machen sicherung ist in ordnung die paar halbleiter scheinen in ordnung und jetzt werde ich das ding einfach mal wieder einsetzen und ach so ich werde noch multimeter erstmal hier anklemmen dass ich das messen kann die spannung die da rauskommt so ich habe jetzt hier das schaltnetzteil in der steckdose ist ja mit dem trendrafe verbunden da zeigt auch noch nichts an und bin hier am schaltnetzteil am ausgang ich schalte mal rein wichtig dabei ist immer wenn man jetzt einen aufbau hat dass man auch wenn irgendwas schnell ausschalten kann deswegen lasse ich meine hand hier links jetzt sozusagen am trendrafe falls jetzt irgendwas passiert dass ich sofort ausschalten kann ich schalte mal ein da passiert noch nichts aber ich sehe die leuchtdose leuchtet ist das ziemlich richtig angeschlossen hier ist ein kleiner wackelkontakt ich habe hier das einfach nur mit diesen drähten dran weil ich habe keinen stecker hier für das teil das muss ich wohl irgendwie festhalten ich mach nochmal an das ist tatsächlich doch hier nur die klemme 18,67 volt super es geht wieder damit kann ich jetzt das zuschrauben jedes gehäuse und dann das zweite kaputte steckernetzteil überprüfen auch beim zweiten steckernetzteil verfahre ich natürlich genauso das heißt ich messe jetzt erst mal die sicherung da vorne und dann die verschiedenen halbleiter ich habe hier schon eingestellt auf dem auf durchgang hier ist ja die sicherung diese in ordnung und diodentest mal hier kurz gucken ja das sieht ganz gut aus diesen sind in ordnung die scheinen auch in ordnung dann gab es ja diese hier diese auch in ordnung der transistor da muss ich gleich mal gucken wie das war ja man muss da wirklich ein bisschen fester drauf drücken damit es gut kontakt gibt das scheint auch in ordnung zu sein hier waren ja auf beiden seiten ungefähr 1,5 ja und jetzt geht es an eine erste optische prüfung also auch hier ist auf der oberseite nichts zu sehen an sich und auf der unterseite eigentlich von den bauteilen her auch nicht also da werde ich jetzt noch mal genauer hingucken ich habe jetzt auch hier eine stelle gefunden die äußerst kritisch aussieht ich schau mal dass ich hier wieder was zum zeigen habe und zwar hier dieses pad ich weiß nicht ob man das sieht das ist irgendwie nicht dran oder also es ist eine optische täuschung also wenn man hier so eine verbindung hat was macht man natürlich den durchgang prüfen das heißt ich werde mal von von diesem pin zu dem oberen einfach mal den durchgang überprüfen also hier auf durchgang mal schauen was da ist also von dem zu dem ersten geht es nee das ist nicht dran man sieht hier auch so ein sehe ich gerade hier so ein kranz irgendwie so ein als ob das ab ist also auch hier das ist da drunter oder darüber besser gesagt ja auch da ist dieser die stromkompensationsspule drauf und die ist auch sicherlich nicht direkt aufliegend auf der leiterplatte so dass es da eventuell auch dazu kam dass es beim runterfallen des steckernetzteils zu so einem mechanischen bruch kam also hier werde ich auch genau das gleiche machen ich werde einfach mal eine ein stück glitze nehmen und von da nach da verbinden so das stück glitze ist ja angelötet wie man sieht und dadurch dass ich hier auch nichts weiter sehe was da irgendwie vielleicht defekt ist werde ich jetzt also die platine hier wieder ins gehäuse legen und dann mal das steckernetzteil in die steckdose stecken so angeschlossen ist es und ich schalte mal ein dazu muss ich erstmal den stecker hier rein stecken vom trenntrafo leuchtet leuchtet 1,2 volt das ist hier wieder so ein wackelkontakt hier ist wieder ein wackelkontakt 24,6 volt das ist natürlich so nicht so ok also 24 volt oder es ist ein 24 volt netzteil gucke ich gleich nochmal drauf also irgendwie funktioniert es mit 24 volt ich gucke mal auf die rückseite ob das ein 18 oder ein 24 volt netzteil ist also ich habe glück ist es tatsächlich das wusste ich gar nicht hier das ist ein 24 volt netzteil also auch hier funktioniert es jetzt wieder und jetzt will ich nochmal einen kleinen sicherheitshinweis geben ich hatte ja das steckernetzteil hier nur kurz mal an der steckdosenleiste um zu gucken ob es geht und jetzt messe ich mal mit dem multimeter hier mit den zwei pins an den beiden elkos die hinterm rückengleichrichter liegen so wie ich es ja schon am anfang gesagt habe man sieht der ist hier noch immer bei 260 volt und der geht auch nur sehr langsam zurück deswegen ist es ganz wichtig wenn man jetzt spannungslos misst also zum beispiel die dioden durchprüft dass man die elkos entlädt und zwar habe ich da folgende sache ich nehme hier immer so einen 100 kilo ohm widerstand und klemme dort hier meine beiden klemmen ran diese hier so und ich messe also gleichzeitig die spannung und wenn ich jetzt hier mal rauf gehe das muss man sehr vorsichtig machen damit die elkos nicht sozusagen durch den kurzschluss entladen werden wenn ich jetzt hier rauf gehe dann hoffe ich dass es hier klappt da muss man die beiden notfalls ein bisschen biegen man sieht jetzt die spannung geht ganz rapide runter sie ist jetzt schon bei 80 70 60 volt so kann man die elkos ganz gut entladen und dann kann man praktisch da auch gut spannungslos messen wie gesagt es geht darum im spannungsfreien zustand zu messen jetzt ist also hier auch keine gefahr mehr 2 volt sind jetzt die elkos 1,53 und so weiter also so kann man es machen das ist wirklich sehr wichtig wie gesagt wenn man jetzt dann hier auf dem auf der leiterplatte hier irgendwelche bauteile durchmessen möchte so die beiden steckernetzteile funktionieren ja wieder so dass ich mich jetzt mal um diese beiden Minuel-Netzteile kümmern kann die haben die Bezeichnung RS100-24 also steht bei beiden drauf allerdings habe ich schon gesehen gibt es kleinere Unterschiede so ist zum Beispiel hier auf der linken Seite der Brückenreichrichter mit dem Kühlkörper versehen und hier bei dem nicht und wenn ich jetzt die Leiterplatten mal hier rausnehme und umdrehe dann sieht man weitere Sachen die etwas unterschiedlich sind man hat also hier in dem Bereich noch die Bauteile auf der Unterseite also die Optikkoppler die sind hier auf der Oberseite hier an der Stelle wo es auch gequalmt hat da sind SMD Bauteile dran also ein paar kleinere Unterschiede sind hier im Design doch vorhanden ja und wie eben schon erwähnt hier hat es also geknallt und zwar ist dort wenn man sich das hier mal betrachtet das kann man leider nicht so gut erkennen dort ist nämlich der NTC hochgegangen und zwar ist da ein NTC drin um den Einschaltstrom zu begrenzen also dieses Teil hier man sieht es der ist also durch und ich will ganz kurz mal einen Blick auf den Stromlaufplan oder den Schaltplan hier von der Eingangsbeschaltung von dem Schaltnetzteil schwenken so in etwa sieht es aus ich zoome vielleicht da nochmal ein bisschen näher rein man hat also hier im Eingangsbereich natürlich die Sicherung dann noch einen Entstörkondensator dann hat man hier diese Widerstände um diesen Entstörkondensator nach dem Abstecken des Schaltnetzteils schnell zu entladen im Layout hier von dem Schaltnetzteil selbst ist nochmal eine weitere sind noch zwei weitere Anschlüsse vorgesehen an der Stelle nämlich für ein VDR also hier für ein Varister und dann geht es an die Richtung Brücknerchrichter und hier unten ist eben dieser NTC drin der dafür sorgt dass es beim Einschalten nicht so einen hohen Strom gibt der erwärmt sich also dann wird etwas niederohmiger dann also sehr niederohmig und dann fließt auch der gesamte Strom also beim Einschalten ist er noch kalt irgendwie hat er 10 Ohm und dann mit der Zeit wird er warm also das ist praktisch so ein Schutz vor einem hohen Einschaltstrom der ist also durch und ich konnte auf dem Bauteil auf dem kaputten NTC leider nicht an kennen was es ist ich hatte aber mal in einem anderen Netzteil gesehen also dass da sozusagen hier dieser SCK 125 drin ist und zwar ist es ein NTC der hat 12 Ohm und 5 Ampere maximal den bekommt man allerdings ja eigentlich nicht so wirklich gut man muss da also auf den Ersatz zurückgreifen das ist also die eine Sache ob das dann der Fehler ist gewesen ist weiß man natürlich nicht aber auch hier gilt die paar Sachen einfach mal kurz durchmessen die Elkos vorher natürlich entladen wobei das Ding liegt jetzt hier schon mehrere Wochen sag ich mal rum sodass ich hoffe dass ich da irgendwie auch den Fehler finden kann ich habe jetzt mal Folgendes gemacht ich habe hier von diesem Netzteil mal diesen NTC ausgelötet weil ich den Wert nicht sehen konnte und ich hatte eben gesagt das war ein SCK 12,5 also 125 hier ein 10,5 also ein 10 Ohm 5 Ampere und ich habe jetzt Ersatz besorgt ein NTC 10 Ohm also für das erstmal und werde auch den erstmal hier einlöten nochmal ein bisschen sauber machen hier die Stelle und die normalen Teile mal kurz so durchmessen was so geht also hier den Brückenreichter mal gucken ob der in Ordnung ist und ja dann mal schauen was da noch eventuell zu machen ist ich habe jetzt hier mal den NTC angelötet und musste dabei die Beinchen hier auch umbiegen weil nämlich auch hier wie bei den Steckernetzteilen mir die Leiterbahnen hochgekommen sind und ich habe auch hier an der Stelle ein Stück Leiterbahnen nochmal weggenommen und weil das eben lose hing im Prinzip und der NTC ist also jetzt so drin ich habe auch den Schrumpfschloch nochmal rüber gezogen weil ich den da oben liegen lassen möchte und ja so habe ich das erstmal gemacht und jetzt werde ich so ein paar kleine Tests durchführen als erstes werde ich überprüfen ob die Elkos hier entladen sind ich hatte das vorhin schon mal gemacht also es sollte jetzt kein Problem sein damit die sind also entladen wie man das jetzt hier sieht da ist also nichts vorhanden und als nächstes werde ich mal hier den Brückengleichrichter kurz durchtesten dazu stelle ich hier wieder auf Diodentest und wir haben hier vier Dioden von dem Einwechseleingang zum PlusPull haben wir den 0,5V zur anderen Seite genau das gleiche dann haben wir unten auch nochmal hier das gleiche und hier nach oben auch das gleiche in anderen Richtungen dürfte es keine Verbindung geben und das sieht soweit ganz gut aus das heißt der Brückengleichrichter ist in Ordnung als nächstes teste ich wieder so ein paar Dioden ich habe hier gesehen auf der Oberseite sind so ein paar drin da sind zwei da sind auch nochmal welche und hier unter dem Trafo auch welche und hier ist eine Doppeldiode drin da werde ich mal gucken ob man da irgendwie rankommt und die kurz testet da müsste ich mal die Pins erstmal raussuchen wo die da rangehen so ich fange mal hier mit den Dioden an und zwar hier in der Mitte dort ist einer 0,43 und OL und hier ebenfalls das heißt die beiden Dioden sind schon mal in Ordnung hier auf der Seite außen da ist ein MOSFET und der MOSFET hat die Anschlussbelegung Gate, Drain, Source und zwischen Drain und Source müsste in einer Richtung eine Diode sein man sieht hier die Diode 0,6 und in der anderen Richtung eben nichts da sieht man da hat sich irgendein Kondensator aufgeladen OL scheint erstmal soweit ok jetzt könnte man zwischen Drain und den anderen Sachen nochmal checken da ist OL das heißt der MOSFET da ist das Gate also isoliert nach wie vor also nicht durchgeknallt der scheint auch erstmal ok zu sein so auf der Seite wird es ein bisschen blöd weil jetzt hier die Optikoppler fast unter dem Trafo also der eine zumindest unter diesem Trafo hier liegt dazu gehe ich mal hier ein bisschen näher ran ohne dass man also so dass man das Multimeter noch sieht so ich hoffe dass das klappt und ich gehe erstmal also hier ist noch eine Diode eine Z-Diode offenbar 0,4 irgendwas es scheint erstmal ok zu sein dann haben wir hier eine das ist auch ok hier auf der Seite muss ich mal gucken 0,6 ok bei den Optikopplern OL und 0,52 das scheint in Ordnung hier auch OL und auch 0,53 also eingangs ähm Leuchtdiode praktisch da drin in dem Ding hier haben wir jetzt diese 0,55 die hatte ich ja auch bei dem Steckernetzteil schon und was haben wir hier auch das war ja beim Steckernetzteil offenbar ok eine kleine Abweichung sollte es geben jetzt komme ich da überhaupt nicht mehr ran 0,55 556 und bei dem anderen 0,996 und offen ähm dadurch dass jetzt an den Optikopplern nichts zu sehen ist also wenn die kaputt werden müsste man ja eigentlich irgendwas sehen gehe ich davon aus dass die in Ordnung sind bei dem oberen Optikoppler hier war ja auf der linken Seite von hier aus gesehen waren ja die beiden Messwerte gleich und wenn man jetzt umdreht dann ist es ja hier dann ist es ja hier sind ja diesen beiden Pins und die gehen jetzt hier sieht man vielleicht anhand der Leiterband an einen Widerstand und wenn man das nachmisst das mache ich nochmal hier mit dem Multimeter dann ist es ein 2 Kiloohm Widerstand offenbar und deswegen ist der in beiden Richtungen auch gleich der Messwert da 1,98 Kiloohm also 2 Kiloohm also insofern ist das dann auch richtig bei dieser Doppeldiode die ja hier noch drin ist das ist diese hier da ist zwischen den Pins jeweils ein Widerstand von 162 Ohm also in beide Richtungen von der Mitte aus gesehen und wenn man sich jetzt nicht sicher ist ob das stimmt dann kann man ja folgend machen also wenn man das hat einen Vergleich ich habe ja hier den Vergleich mit der anderen Leiterplatte mit dem anderen Netzteil dann messe ich genau das gleiche und es ist also eher unwahrscheinlich dass da ein Problem dann bei dieser Doppeldiode ist also wenn die auch defekt wäre dann hätte man wahrscheinlich einen vollen Durchgang 0 Ohm oder so also scheint hier auch jetzt erstmal nichts weiter ja erstmal offensichtlich an Problemen zu sein zumindest nach diesen paar Messungen und deswegen werde ich jetzt auch das Netzteil hier in das Gehäuse erstmal wieder legen und einfach mal anschließend die Ausgangsspannung messen so sieht der Aufbau jetzt aus ich habe also hier die Platine wieder reingeschraubt in das Gehäuse in das Alugehäuse ich habe jetzt hier zwei Leitungen genommen da ist jetzt mein Multimeter dran hier ist die Netzleitung mit dem Schalter wobei der Schalter hier schon eingeschaltet ist weil ich das alles über den Trendrafo einschalte Trendrafo ist aus im Moment und ich stecke das jetzt erstmal rein Gleichspannung messen wir ich schalte kurz ein und wie gesagt bei so einer Sache immer sehen dass man auch schnell wieder ausschalten kann falls jetzt hier irgendwas qualmen sollte oder was auch immer und ich achte hier von der Seite aus auf diese Leuchtdiode die da noch ist ich schalte mal ein Leuchtdiode ist an oh das ist natürlich gut 24,8 Volt es scheint wieder zu gehen so mache ich wieder aus und die spannende Frage die sich natürlich stellt warum ist hier der NTC kaputt gegangen darauf habe ich eigentlich keine Antwort was mich ein bisschen wundert ist dass dieser NTC eingebaut war und im anderen Schaltnetzteil also im gleichen dieser also ich weiß nicht ob die da falsch bestückt haben oder so keine Ahnung ich kann es mir nicht erklären warum der da kaputt gegangen ist auf jeden Fall läuft das Schaltnetzteil hier erstmal wieder und was ich natürlich machen werde nachher ich werde mit diesem Schaltnetzteil auf jeden Fall einen Lasttest machen nicht dass da dann irgendwas passiert also im Moment ist ja leerlauf da ist ja nichts dran aber dass er wirklich mal dass es mit Netzteil mal ein bisschen belastet wird um zu gucken ob das wirklich alles gut funktioniert bei dem zweiten Minenwellen-Netzteil habe ich genau die gleichen Messungen durchgeführt da sind ja die Bauteile hier größtenteils hier unten da kann man also etwas besser an die Dioden und so weiter ran und ich habe auch Folgendes gemacht ich habe den NTC einfach prophylaktisch getauscht der war ja auch raus also rausgelötet hier und ich will auch gar nicht weiter jetzt rumprobieren mit so einem alten Ding aber was ich noch gesehen habe ist da will ich noch mal ganz kurz drauf eingehen ist hier an dieser Stelle da zoome ich mal rein und da werde ich auf jeden Fall noch eine etwas modifizieren insofern hier an dieser Stelle wo diese Diode ist hier da sieht die Lötstelle ziemlich übel aus also das ist nicht vernünftig gelötet das heißt ich werde hier das Lot ein bisschen abziehen und neu verlöten ansonsten habe ich von den Messungen keine Unregelmäßigkeiten festgestellt aber das ist mir aufgefallen ich werde auch noch mal andere Lötstellen hier oben sieht es auch ein bisschen komisch aus einfach mal ein bisschen nachlöten und dann auch noch mal einen Test durchführen so also hier an dieser Stelle da werde ich mal ein bisschen Lot abziehen und hoffe dass es dann etwas dass ich das etwas besser verlöten kann nochmal also das ist echt blöd also mir gefällt das hier überhaupt nicht diese Stelle so das Lot ist erstmal ein bisschen abgezogen das sieht man ganz gut von meiner Seite hier aus gesehen sieht es ganz gut aus es ist also nicht mehr so ein Löt-Tropfen da der da irgendwo hängt also ich lasse das dann so hier so sieht es jetzt also aus das gefällt mir doch schon wesentlich besser so und dadurch wie gesagt dass ich hier auch keine anderen Messergebnisse bekommen habe wie jetzt bei dem bei dem ersten Netzteil werde ich hier auch das hier in das Gehäuse schrauben einfach mal einschalten so eingeschraubt ist es hier in das Gehäuse der neue NTC ist drin Netzspannung ist hier am Trend-Trafo messend suche ich die Ausgangsspannung ich schalte mal ein ich beachte auch hier mal die Leucht-Jode hier im Netzteil sie leuchtet 24 Volt auch das ist jetzt also wieder in Ordnung dieses Netzteil auch bei diesem Netzteil werde ich natürlich einen Lasttest machen um zu gucken ob das wirklich alles okay ist und dann habe ich ja noch ein fünftes Netzteil und da schauen wir gleich mal rein wie das so aussieht so sieht hier dieses fünfte Schaltnetzteil aus und ich habe nochmal genauer reingeguckt hier oder rauf geguckt da ist also in der Tat so da kommen 48 Volt raus bei irgendwie 3, noch was Ampere es ist äußerst kompakt und es ist vor allem richtig voll gestopft oben und unten und was ich schon mal festgestellt habe deswegen sieht man auch hier dass einige Bauteile rausgelötet wurden von mir ich habe festgestellt dass eine von den Sicherungen da sind also 2 drauf defekte also es sind hier diese Sicherungen die sind defekt und das Blöde an der ganzen Geschichte ist die Sicherungen liegen zum einen hier also hier an dieser Stelle es geht noch da kommt man dran und die andere ist dort verbaut und das war alles komplett zu da war also nicht nur die Stiftleiste davor sondern auch noch hier ein NTC und ein VDR also hier einmal den VDR und einmal den NTC die waren beide davor und auch nochmal eingeschmiert hier mit Silikon deswegen habe ich das alles rausgelötet und habe auch natürlich schon Ersatzsicherungen gekauft die sind also die Ersatzsicherungen und 2 Stück braucht man davon also es ist nicht nur eine drin sondern 2 und ich werde jetzt erstmal die Sicherungen und so weiter wieder einlöten den NTC, den VDR und was ich auch noch gemacht habe vor einiger Zeit weiß gar nicht mal warum ich habe also nochmal ein paar neue Elkos gekauft wahrscheinlich ist das hier nicht notwendig aber ich habe es trotzdem gemacht weil das Netzteil schon ein bisschen älter ist und auch in Betrieb war deswegen sieht man hier drei Stellen die frei sind also einmal hier da ist ein 47µF 400V Elko drin gewesen und hier sind 2 Elkos noch drin gewesen und zwar 22µF 250V also diese hier also das sind jetzt die Neuen oder das ist jetzt einer der Neuen das löte ich erstmal wieder alles zusammen und mache natürlich genau die gleichen Messungen die ich jetzt hier mit den Minwellen-Netzzellen gemacht habe wobei er natürlich sehr problematisch ist weil hier doch ein Haufen Zeug drauf ist ich habe jetzt hier mal den NTC und diesen VDR eingelötet man sieht es ist hier wirklich sehr eng und ich habe auch dem VDR hier einen Schrumpfschlauch verpasst damit es da keinen kurzen gibt das ist alles sehr dicht man sieht auch hier der Stecker ist noch dazwischen das ist alles blöd und als nächstes werde ich hier an dieser Stelle die Sicherung einlöten hier sieht man jetzt die Sicherung wie ich sie eingelötet habe es ist alles wirklich extrem beengt und ganz wichtig bei so einer Sache ist jetzt hier dass man darauf achtet dass die Lötstellen auf der Rückseite natürlich einigermaßen vernünftig sind und es da vor allem keine Überbrückung gibt also man sieht es jetzt hier zum Beispiel zwischen diesen beiden Pins die so dicht beieinander sind da ist der VDR hier drin also ich finde das ziemlich krass und eigentlich auch schlecht gemacht vom Layout das hätte man sicherlich besser machen können aber so ist es nun mal und jetzt kommt hier noch der Entstörkörner-Satter rein und dann die anderen Elkos bei der Stiftleiste die werde ich erstmal draußen lassen denn wenn ich das anschließe und mir fliegen wieder die Sicherungen durch dann fange ich ja wieder an alles aus zu löten das heißt hier werde ich ein bisschen Litze anlöten und dann vielleicht einen Funktionstest machen nachdem ich dann nochmal die ganzen ja diskreten Bauteile Dioden mal kurz durchgecheckt habe ich habe jetzt bei der ersten optischen Prüfung leider was festgestellt da ist mir nämlich eine kleine Diode entgegen geflogen nämlich diese hier und zwar ist die gelabelt mit A2 oder 2A ich weiß jetzt gar nicht mal genau und ich habe auch schon gesehen wo die herkommt nämlich von ich muss mal kurz was zum zeigen Moment die Diode war hier drin man sieht es noch an dem Bestückungsdruck die ist also irgendwie lose gewesen oder wie auch immer und dann ist mir noch eine andere Sache aufgefallen bei der optischen Prüfung nämlich hier oben an dieser Stelle das sieht man vielleicht ganz gut da ist ja dieser Widerstand aber da ist nichts angelötet oder so also da ist jetzt kein Pad mehr jetzt weiß ich nicht ob der da kontaktiert oder nicht ich werde auf jeden Fall diesen Widerstand mal raus löten und gucken wie das da drunter aussieht den Widerstand habe ich hier abgelötet wie man sieht hier und jetzt ist für mich die Frage da ist also das tatsächlich kein Pad aber auf der Rückseite wenn ich das hier so drehe das sieht man hier auch so ein bisschen durch da ist gleich eine Durchkontaktierung das geht also hier nach oben und die Frage ist wie kriegt das jetzt wieder hin dass da die Verbindung da ist denn auch das Pad scheint ab zu sein also man sieht hier so einen Rand da wo das Pad war aber das ist nicht mehr da und da werde ich wahrscheinlich ein Stück Draht oder sowas nehmen ganz dünn und dann versuchen irgendwie durch die Durchkontaktierung da durchzuziehen damit da der Widerstand angeschlossen werden kann und angelötet werden kann ich habe jetzt nochmal genauer hingeschaut auch hier rechts davon von diesem Widerstand da ist nochmal so ein 1,3 Megaohm und da ist auch das Pad schon so halb ab das heißt den Widerstand werde ich jetzt auch dann erstmal auslöten ich habe für beide schon Ersatz da und werde dann hier neue Widerstände einlöten so diesen rechten Widerstand habe ich hier schon angelötet und man sieht jetzt hier vielleicht auch dieses Stück Draht der dünnen Draht den ich hier durchgezogen habe das sieht natürlich jetzt nicht besonders schön aus aber ich denke mal das hält doch ganz gut wenn ich das da anlöte so man sieht jetzt hier die beiden Widerstände sind dort angelötet ich habe auch unten hier die Diode erneuert die Diode hat ja die Kennzeichnung A2 und wenn man jetzt bei den SMD Codes mal reinguckt dann ist das eine normale 1N4148 in etwa es ist allerdings so dass nicht jeder Hersteller diesen Code draufstempelt sondern irgendeinen anderen aber ich habe jetzt einfach so eine Diode dort eingesetzt an der Stelle und als nächstes werde ich nun mal so ein paar Bauteile durchprüfen Brückenleichrichter natürlich vorne und auch die anderen Dioden und einfach mal gucken ob da irgendwas auffälliges zu finden ist ich fange wie bei den anderen Netzteilen natürlich an die Dioden hier im Brückenleichrichter einfach mal zu überprüfen die sind hier als Einzeldioden ausgeführt man sieht die haben alle so 0,5 Volt knapp vielleicht nochmal ein Hinweis ich habe hier eine Diode hier in der Mitte und hier unten die eine da habe ich festgestellt dass die hier so einen Wert von 0,045 Volt ergeben das heißt die wären theoretisch kaputt aber wenn man jetzt hier die Leiterbahnen sag ich mal verfolgt dann kommt man hier auf einen 100 Ohm Widerstand und da auf einen 4,7 Ohm Widerstand die sind also hier in Reihe geschaltet irgendwie und an der Diode dran und um das nochmal zu überprüfen schalte ich mal hier um in den Widerstandsmessbereich und dann kann man also sehen dass hier tatsächlich dann eben dort 104,6 Ohm sind zwischen einer Diode das heißt natürlich jetzt nicht dass die in Ordnung ist aber es sind zwei Dioden hier unten glaube ich diese eine die ich ausgetauscht habe da ist es genauso und es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich dass beide die hat hier 102,1 auch ein 100 Ohm ist da eingebaut es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich dass beide kaputt sind bin ich der Meinung jetzt könnte ich natürlich an einer Seite ablöten und nochmal Diode einzeln überprüfen das mache ich jetzt aber hier nicht die nächste Überprüfung die ich jetzt machen werde sind hier die beiden MOSFETs da gibt es ja zwischen Source und Drain eine Diode die sollte mal überprüft werden also muss ich erstmal umschalten hier wieder die sollte überprüft werden mit 0,45 Volt hier auch und was natürlich ganz wichtig ist zwischen Gate und Source und Gate und Drain da dürfte nichts sein ja hier ist nochmal die Diode zu sehen und hier ist nichts und hier auf der anderen nochmal gegenchecken ist auch nichts also das Gate ist da auch isoliert das ist immer ganz wichtig die anderen Dioden gehe ich wie bei den anderen Netzteilen jetzt auch nochmal so durch es sind auf der Oberseite auch noch zwei Doppeldioden vorhanden nämlich die und die diese hier die sollte man natürlich auch überprüfen das sollte man nicht vergessen ich zeig das mal ganz kurz hier an der Stelle ich muss mal gucken wie rum die jetzt sind ich weiß es jetzt nicht also hier ist nichts und da haben wir eben diese 0,4 noch ein bisschen 0,5 also scheint auch in Ordnung zu sein sodass damit erstmal die Überprüfung der ja aktiven diskreten Bauhotel erstmal so erledigt ist auch hier ist es jetzt so ich kann nicht weiter erkennen ob irgendwas beschädigt ist ich meine gut bei den ICs das weiß man vielleicht nicht wirklich aber ist wirklich nichts zu sehen und auch auf der Oberseite ist jetzt nichts weiter auffälliges wo irgendwas ja verschmort ist oder so insofern werde ich erstmal einen ersten Funktionstest machen am Ausgang sieht man hier die vier Pins hier auf beiden Seiten sind da miteinander verbunden das heißt ich klemme einfach denn hier praktisch ja klemmen an um zu gucken ob da sich die Ausgangsspannung ergibt hier in dem Fall von 48 Volt und dann sehe ich ja ob es einigermaßen passt wenn es dann funktionieren sollte dann werde ich natürlich auch bei dem Netzteil nochmal einen Lasttest durchführen so Funktionstest kurz durchführen Aufbau ist wie bei den anderen Schaltnetzteilen also hier oben die Steckerleiste die ist am Trendrabo dran und man sieht ich habe jetzt hier eine Leitung angelötet und nicht diese Stiftleisten falls wir jetzt doch irgendwie die Sicherung hier durchfliegen sollten Multimeter ist eingestellt auf einen normalen Spannungsbereich sodass ich erstmal einschalte und schaue ob da praktisch jetzt die Spannung rauskommt ich schalte mal ein das ist oben 45 Volt also auch hier das Netzteil funktioniert wieder offenbar und ja dann kann ich also hier auch wieder ausschalten und letztendlich bei den drei Netzteilen bei den zwei Minwell und bei diesem einen Lasttest durchführen hier sieht man jetzt den Aufbau für diesen Lasttest ich habe hier auf der Seite natürlich das erste Minwell Netzteil ich habe das hier auf 24 Volt eingestellt es war ja ein bisschen höher eingestellt den Strom habe ich jetzt erstmal auf 3 Ampere eingestellt das Netzteil könnte theoretisch 4,5 Ampere aber ich will es erstmal noch nicht komplett ausreizen und angeschlossen ist es wie man sieht leuchtet oder leuchtet und jetzt schalte ich das einfach mal ein es fließen also jetzt 3 Ampere und das lasse ich jetzt erstmal hier so eine Viertelstunde lang laufen so es läuft jetzt seit ein paar Minuten und wenn man hier mal fühlt die Temperatur ist also noch nicht mal handwarm würde ich mal hier vorne putzen ein bisschen warm aber da passiert nichts also das scheint ganz gut zu laufen so der erste Test lief erfolgreich und jetzt werde ich das zweite Netzteil hier dann anschließen das zweite Netzteil ist angeschlossen jetzt drehe ich mal hier am Poti und stelle so ziemlich genau wie bei dem anderen eben auch 24 Volt ein das war jetzt etwas zu viel und schalte auf 3 Ampere und nimm dann die Zeit Zeit so 15 Minuten auch bei dem zweiten ist es so es sind irgendwie noch 3,5 Minuten es wird nur handwarm also da ist jetzt nichts weiter auffälliges dass da irgendwas sehr warm wird also es scheint auch okay zu sein hier für dieses dritte große Schaltnetzteil von Digital Power habe ich keine Anschlussklemmen weder im Primärbereich noch am Ausgang sodass ich das hier notgedrungen angelötet habe die Leitung und auch die Leiterplatte jetzt hier auf Abstandsbolzen gesetzt habe und jetzt mache ich genau das gleiche nämlich hier einschalten erstmal dann den Strom einstellen das kann maximal 3,3 Ampere da würde ich mit dem Strom etwas runter gehen man sieht hier jetzt schon die Ausgangsspannung beträgt so um die 45 Volt ich mache jetzt ESET mache ich mal nicht 3 Ampere sondern 2,5 Ampere und starte das Ganze auch hier nehme ich die Zeit so in etwa 15 Minuten so ist jetzt noch eine Minute und was hier sehr warm wird ist hier vorne der Übertrager da sind wir jetzt ungefähr bei ja knapp 60 Grad aber alles andere wird nicht wirklich warm also das ist auch hier noch im normalen Bereich so die Zeit ist um und ja ich werde jetzt erstmal hier ausschalten und dann nochmal kurz Resümee hier für diese 5 Netzteile meine Anfangsfrage war ja die lohnt sich das eigentlich oder hätte ich gleich diese 5 Stück hier wegschmeißen sollen bei dem Thema Lohnen bei dem Thema Lohnen kommt man ja zuerst auf das Thema Kosten allerdings gibt es für mich noch weitere Dinge was zum Thema Lohnen oder Lohnswert ist das ist zum Beispiel die Erfahrung und das neue Wissen was man sich vielleicht dann aneignet das nächste ist natürlich der Spaß der sich dabei lohnt denn es macht wirklich Spaß mal hier sich Probleme anzugucken und dann nach Lösungen zu suchen oder dann eben so ein Ding hier zu reparieren das ist finde ich immer sehr interessant was sich natürlich auch lohnt ist die Ressource die man hier spart also ich habe jetzt hier zwar ein paar Bauteile ausgegeben also eingebaut hier neue aber ich habe letztendlich den Rest gelassen das ist also eine ressourcenschonende Sache und was natürlich vielleicht nicht so lohnt ist natürlich der Zeitaufwand wenn man jetzt mal zurück zu den Kosten kommt also was hat mich der ganze Spaß gekostet und lohnt sich das in Relation zu den Netzteilen die jetzt hier liegen also ich hatte ja hier bei den beiden Steckernetzteilen eigentlich keine richtigen Bauteile kosten ich habe da nur ein bisschen was nachgelötet so ein Netzteil kostet in der Regel so 10 bis 15 Euro schätze ich mal vielleicht auch billiger klar wenn man jetzt irgendwo aus Fernostes bezieht da lohnt sich das vielleicht überhaupt nicht von den Kosten wenn man da jetzt auch noch Bauteile sag ich mal kaufen müsste allerdings die anderen lohnenswerten Sachen lohnen denn doch schon die ich ja eben genannt habe bei den Minimal-Netzteilen ist es so die kosten ungefähr je nachdem wo man sie bezieht zwischen 20 und 30 Euro das Stück da ist dann schon mehr die Frage ob sich das mit den Bauteilen lohnt ich habe hier in dem Fall nur die beiden NTCs getauscht die kosten auch je nachdem auch so 2 Euro 3 Euro vielleicht auch plus Versand natürlich so muss man alles dazu rechnen aber im Gegensatz zu den 20 bis 30 Euro die man hier ja hätte ausgeben müssen für ein neues lohnt sich das vielleicht schon von den Kosten her ist dieses aber sehr interessant das ist ein Industrienetz Teil das bekommt man einzeln praktisch gar nicht und wenn man es bekommt ist man mit 150 Euro dabei und da ist natürlich klar dass sich das da von den Kosten am meisten lohnt denn was habe ich ausgegeben die zwei Sicherungen die Elkos da die SMD Teile die paar das ist also nicht der Rede wert da lohnt sich das von den Kosten allemal vom Zeitaufwand hatte ich ja gesagt das ist vielleicht nicht so lohnenswert ich weiß jetzt nicht wie lange das Video ist so knappe Stunde vielleicht schätze ich man kann also rechnen dass ich insgesamt wenn ich jetzt das in Ruhe gemacht hätte doch ja etwas länger gebraucht hätte es ist ja so bei dem Videoschnitt nimmt man ja Dinge raus wo man vielleicht nochmal vorgeguckt hat was ist da und misst nochmal nach bevor man das Video dreht also der Zeitaufwand ist größer auf jeden Fall weil man eben doch sehr viel suchen muss was man denn auch nicht mit filmt also ich schätze mal Faktor 2 auf jeden Fall also da ist man denn bei diesen 5 Stück bei ja 2 vielleicht auch 3 Stunden ich weiß es nicht genau ich habe es nicht gemessen aber das sind so die Dinge die ich jetzt nochmal loswerden wollte zum Thema lohnt sich das alles ja und das war mal dann hier wieder so eine Reparatursession 5 auf 1 Streich ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss das ist das ist das ist das ist das ist und diese